Mein Hund liebt es, Oreo-Schokolade zu essen. Genau, ihr habt richtig gehört. Oreo-Schokolade. Sie liebt Schokogeschmack so sehr. Seht ihr das? Stopp, Leute! Schokolade ist nichts für Hunde. Es gibt extra Schokolade für Hunde. Das ist so cool. Und das sieht einfach genauso aus wie Oreo. Ich bin mir sicher, viele essen auch sehr gerne Popcorn, oder? Ihr glaubt nicht, was ich da habe. Und zwar habe ich auch neben dem Oreo auch Popcorn für Hunde gefunden. Ja, es gibt einfach Popcorn für Hunde. Also beim nächsten Kinoabend können wir uns hier Popcorn teilen. Das lässt sie sich jetzt schmecken.